Hallo, mein Name ist Michael Pollack und im heutigen Video möchte ich euch eine einfache Möglichkeit zeigen Tischtennis auch im Haus zu spielen. Sie haben einen solchen Tischtennistisch und können mit ihrem Partner Tischtennis spielen. Haben sie keinen Partner, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Das ist ein Tischtennistrainingspartner, den ich Ihnen jetzt erklären möchte. Ich präsentiere euch jetzt Übungen mit Topspin und Schubsball. Dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020